Du siehst aus wie eine Katze, die einen Kanarienvogel gefressen hat. Habt ihr uns was zu erzählen? Gibt es Neuigkeiten? Also ehrlich gesagt, Millie, haben wir tatsächlich wichtige Neuigkeiten. Ich wusste es. Schatz, erzähl du es ihnen. Wir wollen nach Europa. Nach Paris. Oh! Für immer. Was? Wann? Im September. Aber wozu denn? Wozu? Na ja, weil wir das schon immer wollten, weil die Kinder jung genug sind, weil es dort wunderschön ist. Und wie kommt es, Frank? Hast du dort einen Job oder was? Nein, nein, eigentlich nicht. Was meinst du mit eigentlich nicht? Frank kümmert sich dort um keinen Job. Weil ich arbeiten gehe. Hm.